Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Mit einigen Schülern kam ich kürzlich ins Gespräch über das Thema der Frage nach der Zukunft. Was willst du denn werden? fragte ich jemanden und er sagte, ich möchte richtig Karriere machen. Wir wurden uns nicht einig über das, was das dann nun heißt und er selbst wusste auch noch nicht in welchem Job er das machen will. Aber wir kamen dann über ein Wort aus der Bergpredigt ins Gespräch, in dem es heißt, selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das entspräche doch einer schönen Selbstbeschreibung für Leute, die Karriere machen wollen. Natürlich ist es per se nichts Schlechtes, Karriere machen zu wollen, doch diese darf nie auf dem Rücken oder zur Last anderer gemacht werden. Will ich jemand werden, der mit Ellbogen, mit ausgestreckten Ellbogen durchs Leben geht oder möchte ich auch andere mit ins Boot holen, Menschen im Blick haben und mit ihnen zusammen auf dem Weg sein? Wenn man diese Einstellung hat, dann entspricht es das, was auch in der Bibel steht, dass nämlich ein jeder seine Gabe hat und dass es unserem Glauben entspricht, nach dieser Gabe zu fragen und den rechten Platz im Leben zu finden. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, die Sanftmütigen, so sagst du uns, sie erben das Himmelreich. Und dieses Erbe ist ein Auftrag für uns. Hilf uns nicht mit ausgestreckten Ellbogen durchs Leben zu gehen, sondern da, wo wir sind, wo wir wirken können, die Menschen anzunehmen, Sanftmut zu leben und das zu tun, was du uns lehrst zu tun. Führe uns durch die Nacht und hilf uns auch morgen aus deiner Liebe, aus deiner Güte heraus zu leben und den Weg unseres Lebens zu finden und zu gehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF für funk, 2017